So, wir versuchen jetzt hier eine alte Uhrenanlage mit einem neuen Leben zu erwecken. Keine Ahnung hier, Feinkupfer, ist das klasse. Diese Lötpistole ist etwas sehr rustikale Technik. Schauen wir mal, ob hier überhaupt Kolophonium drin ist. Ja, das sieht gut aus. Wenn es nebelt, ist Kolophonium mit drin. Sieht schon ganz kulturvoll aus. Wir müssen von hier nach da. Ne, das ist schon ein bisschen länger als das Original. Das war viel zu kurz. So. 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 Alt, aber geht. Das duftet. Wie bei Wolfgang Rudolf im Wohnzimmer. So, wo müssen wir denn ran? Ach, du Elend. Aber immerhin leuchtet das Teil. Müssen wir hier irgendwo ran. Das sieht gut aus. Hält. Das geht's. So. Jetzt tragen wir das gute Stück. Ich löte es einfach mal hier auf Verdacht an, oder? So. Dann schneiden wir hier das Schnipsel ab. Und ich löte es dann einfach auf die Hülse. Sieh? Mhm. Vielen Dank. Das müsste es gewesen sein. Könnte wieder laufen. Probieren es mal. Jetzt hängen wir das Ganze mal rein. Jetzt kommt der Moment, wo Bimbo Wasser lässt. Zieht an.